Je nach Ausführung verfügt der Renault Talisman über klassische Halogenleuchten für Fern- und Abblendlicht. Oder Voll-LED-Scheinwerfer mit 20% höherer Leuchtstärke gegenüber den Halogenleuchten. Bei dieser eingesetzten Technik entfällt der Austausch von Leuchtmitteln. Bei Fahrzeugen mit Halogenscheinwerfern erfolgt die Einstellung der Leuchtweite manuell per Drehrad unten links am Armaturenbrett. Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern hingegen besitzen eine automatische Leuchtweitenregulierung.